Willkommen zurück! Ich nehm mal Lazarus! Was kann der jetzt eigentlich? Wie schalldämpfte Scharfschützen wäre? Was ist denn das Lazarus geredet? Ah, das wird er mir wahrscheinlich gleich erklären. Das wird er dir wahrscheinlich gleich erklären, Steffen. Persönliche Tarnung und Heilungsstoß. Ah, der hat jetzt keine Heilpistole. Aber das macht er wahrscheinlich mit dem geredet, wa? Wenn der da was steht... Oh, warte, nehm ich ein... Jetpack-Aufladung? Ja, mach du mal Jetpack, weil du kannst da festen, wenn du immer hochfliegst und abhaust von dem Vieh. Ich hab jetzt Lazarus genommen. Jetzt musst du ja dann mal gleich leise sein. Weil dann erklärt er mir den Medic nochmal. Seid mal bitte leise. Seid mal bitte alle leise. Seid mal bitte alle leise. Psch, hol jetzt. Mit dem Lazarus geredet kannst du tote Teamkameraden wieder zum Leben erwecken. Achso. Nutze die persönliche Tarnung, um dich bei Gefahr zu verstecken. Oder um Teamkameraden gefahrlos wiederzubeleben. Das Scharfschützengewehr feuert schnell, ist unauffällig und erzeugt Schwachstellen in der Panzerung des Monsters, die das Team anvisieren kann. Und das alles völlig geräuschlos. Krass. Vergiss nicht den Heilungsstoß einzusetzen. Also ich habe jetzt zwar... Der einzige Unterschied ist, ich habe jetzt nicht mehr die Heilpistole. Dafür wird das Lazarus gerät. Und das kann Gegner wieder... Also nicht Gegner, äh... Freunde gleich wiederbeleben. Monster wiederbeleben. Ne, dich gleich wiederbeleben. Und ich kann mich unsichtbar machen. Also ich habe diese Betäubepistole nicht mehr. Dafür schießt mein... Dafür schießt mein Scharfschützengewehr, aber wie so... Pam, 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 pam. Wo ich sonst nur einen Schuss machen konnte. Also Repetier. Ne, hab automatisch halt. Repetier, Repetiergewehr. Na, ist doch schön, aber... Nein, es wäre dann... Es wäre dann kein Repetiergewehr. Ähm, was ich sagen wollte ist... Du bist jetzt der Wichser. Und, ähm... Wurde mein Mauszeiger immer angezeigt. Nee, als wenn ich meine Maus bewege. Keine Ahnung. Hast du rausgetappt? Ja, ne. Ja, ne. Ich habe vorhin mal eben... Äh... Was ist irgendwie, was hier los ist? Ich glaube aber, dieser... Typ ist wesentlich einfacher zu spielen denn. Würde ich meinen. Ich stelle jetzt hier in der Mitte... ...Sensor auf. Weil der muss ja hier durch. Der muss ja hier durch quasi. Ja, die Frage ist, wo wir hingehen. Na, lass mal erst mal dem Roten hinterher. Ich glaube, der hat einen Plan. Meinst du? Was machst du denn? Hey, Guys. Wer denn? Ja, what's going on, mate? Ja, komm mal, den Dialekt, der kenne ich doch. No, no weh. No weh. I'm a perfect German-English-speaking guy. Wolltest was sagen, oder was? Mö, nö. Nur warst du einfach als Bot gejoint. Der hört sich an wie Zottel, find' ich. Ne, nicht, nee. Zwolle, Zwolle, wie Zwolle. Sind nicht Riko? Ja, ich glaube. Der hört sich genauso an. Zusagen mal eine Frage, wo kommst du her? Südbayern Südbayern Ne leider nicht Der Arsch von Deutschland Ne ne da kommen wir her Das kann schon mal nicht sein Woher kommt ihr her Brandenburg Digga Ja Trapper Digga Wo ist er Die Sau Achso ne du hast ja gar keine Arena Doch 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 ich hab ne Arena Da steht er doch Da hat er sich versteckt Habt ihr nicht gesehen Da ist doch die Arena Bus mit Vieh Die Karten Ist schon jemand tot? Ich müsste mal Revived werden Revived Bin dabei Siehs doch mal auf Ich halte ihn fest Oh oh Ach der lädt ja auch noch nach Alter Machst du da zur Rust hier Machst du den Revived fest Ja warte Der muss nachladen Okay Alles cool Alles cool Alles cool Alles cool Wo ist er Der ist doch nach Arena Steffen Ich probiere ihn gerade zu finden Wo ist er Wo ist er Dein rennt da Da hinten Wo denn Da wo die die Spuren sind Ich seh mich Da unten Da unten Hahahaha 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 Oh mein kleiner Maserpacker Alter Scheiße Wo ist er Da unten Ja hinten Da hinten Beim See Geiler ist die Sensoren Sind die Nauna Mitte Der kann Der muss da lang Das geile Der muss da lang Der muss hier irgendwo sein Warte mal Kommt mal her Ich hab mal her Halt hier So den Heilungsstoß Halt hier immer noch Ich bin noch nicht Freihalt Oh Phase 2 Was ich jetzt Entwickelt Die Sau Das war's Jetzt richten wir endlich Da oben ist er Ah ja Hat sich da Entwickelt Alter Ich hab mal ne Angel Er luft Steine So ich hab die Arena Hier drin gemacht Alter Ich bin down Warte warte Bin dabei Warum ging denn die Arena jetzt nicht Du musst rauskommen Ja aber warum kann ich denn jetzt Kein Wienerbeleben Du musst zu Komm zu mir Hä das ist Feuer geladen Aber ich kann den nicht Du machst doch einfach eh Nein Es ist nicht eh Warte nochmal Okay Jetzt bin ich auch tot Ist tot? Na Verwundet Scheiße Mit der Letzte? Ja Guck unten links Hau ab Was denkst du was ich gerade mache Abhauen? Äh ne Abhauen Try to survive Ich weiß nicht mehr wer der dort Katz Flock ich lock ich Übrigens wenn du dieses schlechte Wenn du dieses schlechte Spiel nochmal sehen willst Kannst du dich auf YouTube angucken Ja ok nice Dann mach mal Werbung Ja der nette Kanal heißt Raff ich nicht Lp Raff Ich Nicht R A F F I K N I C H Aber ist auch ein bisschen nordisch hier ne Ja ein klein bissl ne Woher kommst du denn? Na Brandenburg Frankfurt Ich komm eigentlich hier auf Neustrelitz Ja der verfolgt dich Also ich wohne in Bayern 40 Sekunden noch Lebe Scheiße man Der ist zu stark Warum ist denn der so stark gewesen? Ja Wasser ist assi man Im Wasser geht das gar nicht Hier ist Monsters aber nicht von euch oder? Nee 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 Tja Das war halt wohl Das ist krass wenn ich selber rede blendet der dich im Dings gleich aus Ja ich weiss der macht alles leiser Na dann ja das war echt kake Äh ohne heilen ist der echt Ja einfach nochmal ne Runde oder? Echt schwierig Und richtig Ok Ja bevor wir weitermachen Ich denk ich mal Oh ne wer doch quatsch mal Wie lange läuft denn jetzt? Nee wir haben 8 Minuten alter Ja ich wollte doch sagen Wollte doch sagen Du bist du ja völlig raus Ich bin schon wieder völlig aufgeregt Völlig aufgesteif bin ich schon wieder Ob ich dich da Bomb ist shit game alter Ey aber ehrlich ey Irgendwie ist der nicht so bombig Muss ich sagen Ey weil du irgendwie damit nicht klarkommst Ich meine der kann zwar extrem viele Schwachstellen verursachen Aber ich kann nur mit dem Aber du kannst dich nicht Ich kann nur einen Heilstoß machen zum heilen Ja das war der denn auch Da hinten ist er lang siehste Ach da oben haben wir den schon mal gesehen Achso deswegen sind die alle da hoch Ja da hat man schon mal Ich frage aber wir haben doch eigentlich so gut angefangen Ich weiß gar nicht warum wir Äh Das so schlecht gemacht haben Wir haben den sogar erwischt Während der sich entwickelt hat Ich weiß gar nicht warum Komisch Komisch, 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 komisch Aber das gibt ab einer bestimmten Level hast du diese Dass du bei der Entwicklung nicht mehr erstört werden Mein Spiel ist abgeschmiert Echt? Die Wolf ist abgestürzt Ja das ist Hallo? Hört mich jemand? Ist das im Chat noch drin wenn der Ladebildschirm ist? Ne ne? Keine Ahnung Ich denke nicht Also verlasse ich das ganze jetzt Warte mal vielleicht hätte ich ja nachjoinen Warte mal kurz Ich denke nicht Mann du mit deinem Denken Alter du kannst ja eh nicht denken Ne Mann Junge Ne Ne Die Du wurdest schon ersetzt Ne komm raus Oder? Ne warte mal Innenplatz ist leer Was ist denn nun? Ne warte ich bin dabei Warte mal Wir betreten Ne mir geht's den Arzt aus nochmal Was kann denn der andere eigentlich Wir betreten man Geht nicht Warte mal Wie geht's denn nicht? Er meldet sich jetzt an Er meldet sich an Er meldet sich an Kann äh Kann man nachjoinen eigentlich in dem Spiel? Ne Bist schon ersetzt Bist schon ersetzt worden Keine Ahnung Ne wieso Ne mein Kuppe ist rausgeflogen Ich muss leider auf Wiedersehen sagen Wie gesagt schaut mal vorbei Mich kann man rein theoretisch bei Steam enden Warte mal Warte mal Ich hätte dich aber wenn der mal lieber Ne ich möchte jetzt hier nicht meine Steam Daten preisgeben Ja ja Standard ne? Also sag mir einfach deinen Namen Ja oder mach das so genau Bis gleich Ciao Steht dein Name da unten Ja und aber so heiße ich dabei Steam nicht Na klar Nein gar nicht Na klar Ich heiß ganz anders Ne warte mal heiße ich Ja na klar Lad den mal ein Wie heiß denn der? Na guck mal unter Im letzten Spiel Kannst du das oder? Ne 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 Du sollst mir seinen Namen sagen du Opa Weiß ich doch nicht Warte da muss ich nachgucken Weil du wieder keine Ahnung hast Jetzt muss ich wegen dir wieder raustappen Wegen dir Wie soffen? Steam natürlich Wisst du doch Ich hab immer ne Flasche Schnaps hier stehen Aber ich hab den noch nicht in meiner Freundin zu sagen Kann ich noch nicht einladen du Pfeife Mann du kannst gucken Nein kann ich nicht Wer in dem letzten Spiel war Ja wo wie denn? Erzähl mir das mal Das ist schon immer so bei allen Spielen so gewesen Na wo denn? Erzähl mal Warte doch mal Wir spielen jetzt auf jeden mal doch Jagd Steffen Aber ist egal Aha Ja Na auf Also weil es wahrscheinlich Zufall ist jetzt was wir jetzt spielen Aber Level 17 Level 17 clean fair würd ich sagen Aber das ist ein anderer Modus den wir spielen jetzt Ja ne ist Evakuierung Oben haste 0 und Monster Ja aber warum spielen wir jetzt Jagd? Na vielleicht zählt ihr zu Jagd und als Modus Also okay Ich nehm auf ja Ja irgendwie Der meinte grad zu mir Dass es 800.000 verschiedene Kombinationen geht Weil zum Beispiel Es ist jetzt so dass ich Wenn ich zum Beispiel das Spiel selber konfiguriere Kann ich noch Map Boni auswählen Das heißt zum Beispiel Es gibt ein zweites Monster kann man einstellen Es gibt ähm Regen Es gibt Sturm Es gibt alles Dadurch Und dann gibt es zum Beispiel Wenn wir jetzt die erste Runde gewinnen sollten Tag 1 Ist die nächste Runde genau Der nächste Tag den wir spielen Kann sein dass zum Beispiel Die Schütze Over Maps sind Die gegen den Monster sind Dass die die Schütze den Monster attackieren Also ganz viele verschiedene Variationen gibt es jetzt Aha Ja äh Was ich noch sagen wollte Und dann Unser netten Kontakt Aus dem letzten Schnitt Den konnten wir nicht adden Weil äh Die Spiele Ich hätte doch einfach mal gucken können In der Aufnahme wieder heiß Fällt mir grad mal ein Ne Ne weil normalerweise Machen wir nach Machen wir nach dem Part Machen wir danach nochmal Äh Weil Nehm ich jetzt nochmal Den normalen Medic Oder den Ich hab jetzt Ich hab jetzt Komischerweise wieder Ähm Ne äh 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 Weil normalerweise Kann man ja bei Steam gucken Welche letzten Spieler sind Aber irgendwie steht in der Liste nur Die alten Spiele die wir gestern nicht spielten haben Aber Evolve noch nicht Also anscheinend Weder unterstützt Evolve nicht Oder noch nicht Also komisch Komisch Also ich hab jetzt hier wieder den anderen Typen hier Assault oder Oma Griffin Ich hab Markov Markov Und das Monster hat ein ganz komisches Symbol Was man fast gar nicht sieht bei mir Aber es hat den wundervollen DLC Wuhuuu Wie jeder andere auch Bin echt mal gespannt wenn da Leute ankommen Hier mit ihren 50.000 DLC äh Skinpack Siehst du jetzt müssen wir äh Die Gefangenen befreien Also wir müssen jetzt zu den Bunkern wahrscheinlich Und dann die da rauslassen oder so Das ist die Frage Müssen wir trotzdem gegen das Monster irgendwie kämpfen oder Ja Na das ist ja auch noch da Ja aber wie sollen wir die befreien und gleichzeitig verfolgen Nein Wenn wir alle befreien haben Wir wollen Also geht es gar nicht darum Den Monster auch irgendwie zu töten Na ich glaube ich denke mal Wenn wir töten haben wir ja Bon Und wenn wir die befreien haben wir ja Bon Eins von beiden Dann könnten wir jetzt auch einfach Den Monster jagen Ja aber vielleicht kann der Monster auch Die Typen töten Und dann haben wir auch verloren Ich denke mal so einfach wird das nicht sein oder Doch Binde das Monster bevor es mächtiger wird Ist erstmal jetzt hier Jage das Monster müssen wir machen Okay Wir haben jetzt nur Jagd erstmal Steffen Jetzt ist da gerade Jagd hier gewesen Okay dann jagen wir mal Haben schon wieder Mauszeiger im Screen Ich verstehe nicht Weil du gar nicht kannst Weil du gar nicht kannst Motherfucker Ja Wo rennen die jetzt eigentlich schon wieder alle hin Wo rennst du hin vor allen Dingen Der klingt nie aus Ist natürlich sehr viel Sinn die alle so hintereinander zu ballern Ja weil Monster dann durchrennt du Frutze Wo rennt denn der Grüne hin Aber der legt Sensoren Nude Gutes Der hat nur zwei Waffen Hier der Lazarus Aber das andere sind Fähigkeiten Eben mal unsichtbar machen Und eben mal Der Energie schub Monster Ah ne Albino Alter die Shotgun von den Typen ist richtig krass Der hat das Ding weggesmashed alter Kriegen den alle den Bonus eigentlich oder nur derjenige der das nimmt Da musst du hingehen Ne wenn du hingehst Kriegst du den Meine Mine wurde ausgelöst Von was auch immer Monster Renierand Und was ist da Renierand ja 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 ist Renierand Sensor zerstört Ja 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 Wo 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 Ah der hat zu zwei schon Das geht nur ab Eieieieiei Ja das Problem ist der hat halt einfach mal schnell gefressen würde ich sagen Der ist hinten irgendwo Da ist er irgendwo Nein da ist er das da ist markiert Er macht gerade Verwendung Da oben ist er Ach das ist er gar nicht Der ist da oben Ne Der war da hier gerade irgendwo Ja da oben da läuft er Wie gesehen Da hinten ist er Alter der ist ja Unst weit weg von mir Ich bin hinter ihm Nein ich bin in der Pflanze Komm her Ich bin in so einer Pflanze alter Alter mich hat hier so Ich habe gerade Mich hat so ein Scheiß Monster erwischt Ich habe gerade Aber das sieht keine Sau Geil Wo bist du denn? Jolo Na ich bin jetzt ich bin ganz ich bin slow alter Ist doch mies Ist doch einfach mies Komm her zu mir Komm runter Ich habe dein Leben verlängert Ich habe dein Leben verlängert Toll wegen dir ist er weg Weil du in die Pflanze gelogen bist Wegen dir Miene gelegt Ist doch nicht zum aushalten Der muss da irgendwo sein Da hinten ist er Wo geh man lang? Oben? Unten? Hier durch Ah hier sind die Spuren Die Spuren Da oben ist er Aber schön dass der alleine da rumrennt Was labert der denn immer hier der Charakter? Das ist deiner Der ist da verrückt Vor allem ist schön dass er vorrennt und schon halb tot ist Komm her hier Alter wie wenig das selber heilt Das ist doch mal krass Malabino Bam Dead man walking Alter Na los Warte ey dass der Typ einfach weg kann Der muss doch mal auch gucken wo der Medic ist Bringt er sonst gar nichts Die rennen beide vor Naja weil die sind hinter dem Heer ja Ja aber die warten halt nicht Du musst halt gucken dass du da hinterher kommst What are you doing man? Wait for us Was? Was? Staub hier einsetzen? Ist hier auch so ein grünes krisseln hier vorher aber Ja Ach das ist diese Zeug was die Typ markiert wahrscheinlich Das hat er nicht Wenn er da durchrennt ist er wahrscheinlich gemarkiert wird Das hat er nicht abgekriegt der Typ Das hat's nicht abgekriegt ne Ja Warum wartet der jetzt hier um? Wo fahrt der denn eigentlich? Der staub wahrscheinlich wird sie äh Kallungsfeld bereit Zurück Ritter ab Genau Level 3 Das muss eine Weile reichen Oder? Ja weil er uns jetzt die Stromrelais zeigt auf ehemal Geht sie ja Geht sie ja Ich muss auch mal diese Jetpack hochskillen Das ist richtig gut Die Frage ist von wo kommt er? Wo rennt ihr denn alle hin? Kommt nochmal zum Stromrelais Nee Der Monster ist doch da hinten noch Da ist er Wir haben Da ist er da ist er da ist er Oh Hat er nicht erwischt oder? Ist er drinnen? Ja aber er ist drin Wenn du schon so nett ein Ziel anbringst Dann ist die Ziel Das ist mal ein Befehl Dem ihr gerne gefolge Feuern auf das Ziel Alter Hallo Warum kann ich denn hier nicht weg? Nein doch Ich kann hier nicht weg? Naja weil er auf die einen schlägt ist doch logisch Ist doch logisch Ist doch logisch Ich bin gar nicht weg gekommen Naja weil er auf dich einschlägt Du liegst zu am Du bist doch nicht paradisiert und liegst am Boden Musst doch weglaufen können Verlieren wir das Tod Verlieren wir eh Äh nur weil du tot bist oder was? Ja weil er zu stark ist Weil er die ganze Zeit rumgerannt ist Und weil alle wieder vorgerannt sind Du kannst nie ebenbürtig sein Alter wie ihr aber auch Wie's krass ist Ich lieg am Boden Schaffen die eh nicht Schaffen wir 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 eh nicht Ich werde gerade wiederbelebt Und los Ich hab das nicht Erledigen Gäste Wechsler auf Schadensverstärker Fangen hier das übel scheiß stelle Ich brauche Hilfe Das nenne ich mal aufgeschrieben Hab keinen Schild mehr Kämpf weiter Oh Gott wo bin ich denn? Ah der hat mich hochgenommen Ja du warst doch eh schon fast tot Nein ich wurde wiederbelebt Ja und den hat es trotzdem lower HP Heiße man Der war fast tot man Daran kannst du auch nichts ändern Je lauter du ins Mikro brüllst Der war fast tot man du Opfer Weil du gestorben bist Weil du gestorben bist man Ja du nichts kannst Steffen So dann sehen wir uns im nächsten paar bei Evolve Wir machen natürlich jetzt weiter Tag 2 Und los gehts bis gleich Ciao Tschüsschen Bis zum nächsten Mal Tschüsschen